Ja, herzlich willkommen meine lieben Freunde, it's News Time und wir sprechen über die PS Portal, wir sprechen über die PS5 und wir sprechen über alles, was mit Sony zu tun hat. Und ihr wisst ja, dass wir immer mal wieder eine Diskussion haben, wie sich denn die PS Portal verkauft. Wir haben keine genauen Verkaufszahlen, wir wissen nur, dass sie sich anscheinend ganz gut verkauft. Und Sony scheint auch hier tatsächlich weiter an einem Verkauf der Portal interessiert zu sein, denn wie wir jetzt sehen, wird die Portal in vier weiteren Ländern an den Start gehen. Und zwar lässt sich die Portal ab dem 4. September in Singapur kaufen und ab dem 9. Oktober in Malaysia, Indonesien und Thailand. Und in allen vier Ländern kann man die Portal seit dem 5. August vorbestellen. Ich bin gespannt, ob wir dann in Zukunft auch mal Verkaufszahlen präsentiert bekommen, denn das wäre definitiv interessant. Wir sehen immer mal wieder Verkaufszahlen der PS5, da kommen wir auch noch später in diesen News zu. Aber wie sich die Portal verkauft, wie gesagt, das wissen wir nicht. Meine Einschätzung ist aber, da hier der Markt weiterhin ausgeweitet wird und immer neue Länder eben hinzukommen, dass Sony weiterhin daran festhält. Was dann aber natürlich auch auf der Gegenseite bedeutet, dass ich persönlich davon ausgehe, dass Cloud Gaming auf der Portal definitiv noch auf sich warten lässt. Denn ihr wisst ja, meine Einschätzung ist, dass wir erst dann damit rechnen können, wenn sich die Portal eben nicht mehr gut verkauft und neue Kaufanreize gesetzt werden müssen. Ich bleibe aber auf jeden Fall dran. Ich werde das auch weiter verfolgen, wie da der Trend aussieht, ob sie sich weiterhin gut verkauft oder nicht. Und werde euch hier selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Bleiben wir aber einmal ganz kurz bei der Portal. Und ich bekomme von euch oft die Frage gestellt, ob es denn möglich ist, Streaming-Dienste wie Netflix oder auch YouTube eben auf der Portal zu benutzen. Und wie ihr wisst, und falls ihr es nicht wisst, muss ich es euch leider jetzt hier sagen, das ist nicht möglich. Das funktioniert nicht. Ihr könnt auf der Portal halt einfach nur die PS5-Spiele spielen, die ihr auf der PS5 auch drauf habt. Es gibt aber einen Trick, wie ihr beispielsweise YouTube auf der Portal nutzen möchtet. Das ist auch gar nicht wirklich etwas Neues. Diesen Trick gibt es schon länger. Ich habe aber auf meinem Kanal bisher noch nicht darüber berichtet. Und ich sehe einfach, dass viele von euch eben genau diesen Trick noch nicht kennen. Ganz wichtig ist, dass YouTube nicht nativ auf der Portal läuft. Das heißt, ihr benutzt dafür den Browser der PS5. Und das wird dann eben bei euch auf der Portal angezeigt. Ich verrate euch aber natürlich, wie ihr das Ganze zum Laufen bekommt. Das heißt, ihr müsst irgendeinem Freund einen Link schicken als Nachricht. Das kann beispielsweise YouTube.com sein. Und wenn ihr dann von der Portal eben genau auf diesen Link klickt, dann öffnet sich YouTube. Und dann könnt ihr auch auf YouTube nach bestimmten Videos suchen oder Personen suchen. Könnt Videos abspielen. Hört natürlich auch den Sound über der Portal. Wie gesagt, es läuft nicht nativ auf der Portal. Aber ihr könnt trotzdem alles auf der Portal abspielen. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Das Ganze ist nicht im Vollbildmodus. Das könnt ihr hier ja auch sehen. Und ihr könnt beispielsweise auch nicht den Touchscreen zur leichten Navigation benutzen. Ihr müsst halt alles über die Sticks bzw. die Eingaben dann ganz normal mit dem Keyboard machen. Aber falls ihr zwischendurch auf der Portal aus irgendeinem Grund auf YouTube zugreifen wollt, das funktioniert noch weiterhin. Ihr könnt auch auf weitere Seiten zugreifen. Beispielsweise, wenn ihr die Seite google.de schickt oder Bing oder was auch immer. Wenn ihr dann eine URL eben per Nachricht schickt, könnt ihr draufklicken. Dann öffnet sich das Ganze. Und ihr müsst das Ganze auch nicht immer erneut schicken. Das heißt, ihr habt theoretisch auch die Möglichkeit, einmal alle URLs, die euch interessieren, eben per Nachricht zu schicken. Dann könnt ihr ja immer auf diese Nachricht zugreifen und euch dann immer den Link aussuchen, den ihr gerade braucht. Sodass ihr dann mehrere Seiten sozusagen als Bookmark parat habt. Wie gesagt, das ist die leichteste Möglichkeit, aktuell eben genau YouTube auf der Portal zu nutzen. Sollte sich da was ändern und sollten wir dann in Zukunft nativ die Möglichkeit bekommen, YouTube zu nutzen auf der Portal, dann werdet ihr das hier selbstverständlich erfahren. Schreibt mir aber mal bitte in die Kommentare, ob dieser Use Case für euch überhaupt interessant ist oder ob ihr sagt, ne, passt mal auf, Portal zocken ist ganz schön, aber YouTube, dafür habe ich mein Handy oder andere Geräte, auf denen ich dann schaue. Und in letzter Zeit sprechen wir ja auch immer mal wieder über die PSVR 2, eben weil Sony noch einmal Leben in dieses Gerät einhauchen möchte oder manche böse Zungen behaupten, auch einfach, weil sie nochmal abkassieren möchten. Und ich habe euch ja letztens erst in einer News gesagt, dass Sony in UK relativ stark den Preis gesenkt hat, nämlich um 200 Dollar umgerechnet. Und nach dieser Preissenkung sind die Verkaufszahlen der PSVR 2 dann um über 2000 Prozent gestiegen und sie war dann auch teilweise zwischendurch bei Amazon oder auch bei anderen Händlern ausverkauft. Also hier scheint die Taktik von Sony, dass sie eben nochmal Geld damit verdienen möchte, aufzugehen. Und das zeigt sich auch tatsächlich bei der nächsten News, denn es gibt jetzt den PC-Adapter und auch eine Steam-App, sodass ihr dann die PSVR 2 eben an einem PC nutzen könnt und beispielsweise auch Half-Life per VR spielen könnt. Und der PC-Adapter ist teilweise tatsächlich ausverkauft und gerade nachdem er released wurde, war er auch an vielen Stellen ausverkauft, sodass manche Händler den Preis schon erhöht haben, um mehr Geld damit zu verdienen und die Scalper, so wie damals bei der PS Portal auch, ebenfalls direkt zugeschlagen haben und dann eben genau diesen Adapter beispielsweise bei Ebay für wirklich horrende Preise angeboten haben. Wenn ihr jetzt in Deutschland auf der PS Direct Seite schaut, dann werdet ihr sehen, dass dort auch der Adapter ausverkauft ist. Wenn ihr ein bisschen rumsucht, werdet ihr sicherlich hier und da noch ein paar Händler finden, die den haben. Aber hier stellt sich natürlich wieder die Frage, kaufen so viele Leute diesen Adapter oder hat Sony von Anfang an wenig produziert bzw. in den Verkauf gegeben, um eben genau wieder dieses typische Verhalten zu triggern, welches wir damals bei der PS5 und auch bei der Portal hatten, nämlich, oh Mist, das Gerät bzw. das Accessoire ist ausverkauft. Ich muss es jetzt unbedingt haben. Man weiß es nicht, ich gehe eher davon aus, dass der Run nicht so groß sein wird und wir einfach wenige Stückzahlen im Verkauf haben. Aber wer weiß, vielleicht bekommen wir auch dazu in Zukunft offizielle Zahlen von Sony. Gehen wir jetzt aber von der PSVR 2 weg und direkt in Richtung PS5. Ich hatte euch ja am Anfang bereits gesagt, dass wir über Verkaufszahlen der PS5 sprechen werden. Und jetzt hat Sony eben genau diese Verkaufszahlen bekannt gegeben. Und aktuell wurden fast 62 Millionen PS5 Konsolen verkauft, was sich natürlich erstmal sehr, sehr gut anhört. Aber aufgrund des relativ schwachen Spielejahrgangs, wir haben ja so gut wie keine AAA-Spiele, die direkt von Sony kommen, bis auf Astrobot nächsten Monat, da kommen wir auch nochmal in dieser News zu. Aber dieses relativ schwache Jahr sorgt dafür, dass die Verkäufe etwas runtergehen. Und wenn wir uns das Ganze im Detail anschauen, dann sehen wir, dass in den Monaten April bis Juni 2024 circa 2,4 Millionen PS5 Konsolen abgesetzt wurden. Und das ist weniger als in den gleichen Monaten des Vorjahres, in denen circa 3,3 Millionen Konsolen abgesetzt wurden. Und auch wenn wir uns die Spiele anschauen, sehen wir, dass die Zahlen von circa 56,5 auf 53,5 Millionen zurückgegangen sind. Und sehr interessant ist tatsächlich auch der Trend, den wir hier bei den digitalen Spielen sehen, beziehungsweise bei dem Marktanteil der digitalen Spiele. Denn der ist tatsächlich von 70 Prozent auf 80 Prozent gestiegen. Da mag natürlich auch die Portal ihren Teil zu beitragen, denn ihr wisst ja, dass es einfach sehr viel komfortabler ist, digitale Spiele mit der Portal zu spielen, damit ihr nicht immer die Spiele wechseln müsst. Aber der Trend scheint tatsächlich zu den digitalen Spielen hinzugehen. Ich sage es nochmal, auch wenn ich ein großer Fan davon bin, dass ich meine Disc-Versionen dann verkaufen kann, beziehungsweise auch günstig kaufen kann, muss ich sagen, dass diese digitalen Spiele definitiv einfach besser in der Handhabung sind. Aber klar, dass ich sie nicht verkaufen kann und dass mir das Spiel dann halt nicht gehört, sondern ich nur diese Lizenz daran erwerbe, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Nachteil. Trotzdem setze ich fast hauptsächlich auf digital. Schreibt mir aber gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr noch die typischen Disc-Sammler seid und ihr euch die ganzen Spiele auf Disc kauft. Oder ob ihr sagt, nee, pass mal auf, alles digital, digital only, das ist die Zukunft. Bin ich auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Und jetzt kommen wir zu einer Neuerung, die anscheinend ansteht, die ich persönlich richtig gut und interessant finde. Denn bisher ist es so, dass ihr im PlayStation Store ein Spiel mit Sternen bewerten könnt, aber nichts dazu schreiben könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise seht, dass ein Spiel viele Ein- oder Zwei-Sterne-Bewertungen hat, wisst ihr nicht, ob es an der generellen Qualität des Spiels liegt oder einfach an irgendeinem anderen Fakt, den halt die Spieler stört. Und jetzt ist ein Screenshot aufgetaucht, auf dem wir sehen, dass es wohl in Zukunft dahingehend geben wird, nämlich jetzt kann man zusätzlich zu den Bewertungen auch eine schriftliche Rezension angeben und kann sogar noch antickern, ob diese Rezension Spoiler beinhaltet oder eben nicht. Also beispielsweise, wenn ihr was über eine Story schreibt oder ähnliches, sodass wir uns darauf freuen können, wenn das Ganze dann in Zukunft umgesetzt werden sollte, dass die Bewertungen definitiv aussagekräftiger sein werden. Wann das Ganze kommt und welche Länder als erstes davon profitieren oder ob es einen weltweiten Rollout geben wird, das ist aktuell leider noch nicht bekannt. Und ich habe auf mehreren Seiten in der letzten Woche gelesen, dass die Spielerzahlen von PS Plus stark gesunken sind. Und da habe ich mir dann gedacht, oh nein, was bedeutet das Ganze? Heißt das jetzt, dass viele Leute ihr Abo für PS Plus oder Extra gekündigt haben? Und was bedeutet das letztendlich für mein Abo? Wird das vielleicht teurer? Werden Spiele rausgenommen? Aber um ein wenig Klarheit reinzubringen, was damit gemeint ist, ist, dass bei den Spielen, also bei den PS Plus und PS Extra Spielen, 3,1 Millionen Konten beobachtet wurden von PS Plus beziehungsweise Extra Usern und geguckt wurde, wie häufig wurden eben die PS Plus und Extra Spiele gespielt. Und da wurde ein Rückgang von fast 50 Prozent verzeichnet. Also wir wissen nicht, ob die Zahl der Abos zurückgegangen ist, also ob wirklich Abos gekündigt wurden. Wir wissen nur, dass diese 3,1 Millionen User, die beobachtet wurden, eben die Spiele, die in PS Plus und Extra drin sind, weniger gespielt haben. Ob das jetzt an den heißen Sommermonaten an einem Sommerloch liegt und die User sowieso weniger spielen, das weiß man nicht so genau. Aber verfallt jetzt erstmal nicht in Panik, PS Plus steht nicht vor dem Aus. Es ist einfach, wie gesagt, so dass die Spiele, die angeboten wurden von den beobachteten Konten, weniger gespielt wurden. Lasst uns kurz in Richtung Spiele-News gehen. Eines der wirklich besten Spielestudios ist definitiv Santa Monica Studios, die unter anderem auch God of War entwickelt haben, also die 2018er Version Ragnarok. Und es gibt ja immer mal wieder die Gerüchte darüber, dass Santa Monica an einer neuen IP arbeitet, also an einem wirklich neuen Projekt, welches noch nicht veröffentlicht wurde. Und jetzt scheinen wir hier definitiv die Bestätigung zu haben, denn es ist ein LinkedIn-Profil von einem Character Supervisor eben bei Santa Monica Studios aufgetaucht. Und wenn wir in seinen Infos reinschauen, dann sehen wir, dass Santa Monica Studios ihm die Möglichkeit gegeben hat, eben zurückzukommen als Character Supervisor und er jetzt an einem neuen und angekündigten Projekt eben bei Santa Monica arbeitet. Da wird definitiv etwas kommen. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob es für die PS5 sein wird, ob es mal irgendwann für eine PS6 sein wird. Wir wissen nicht, ob dieses Spiel nächstes Jahr rauskommt oder übernächstes Jahr. Wir wissen jetzt nur, dass es eben diese neue unangekündigte IP gibt. Und ich freue mich jetzt schon absolut auf den Tag, an dem dann enthüllt wird, welches Spiel das sein wird. Zwei Sachen haben wir noch. Falls ihr Elden Ring auf der PS5 spielt und besonders auch den DLC und falls ihr Probleme mit der Framerate habt, dann habt ihr eventuell den Eintrag in den Patch Notes eben von From Software gelesen, indem ihr den Power-Knopf der PS5 mehrere Sekunden gedrückt lassen sollt, um eben die Database neu aufzubauen. Und jetzt wird von mehreren Leuten gesagt, hey, pass mal auf, dieses Feature bringt einfach absolut gar nichts auf der PS5. Das ist letztendlich einfach dafür da, wenn installierte Spiele aus welchem Grund auch immer verschwinden. Aber um eine Framerate letztendlich zu verbessern in einem Spiel, ist das Ganze völlig ungeeignet. Ich selber habe Elden Ring auf der PS5 verkauft. Das war eins meiner ganz wenigen Spiele, die ich auf Disc hatte, eben weil ich es jetzt exklusiv auf dem Steam Deck spiele. Ich hatte vorher keine Probleme mit der Framerate. Wenn ihr Probleme habt, dann könnt ihr das gerne mal probieren. Schädlich wird es nicht sein, aber geht mal nicht davon aus, dass das unbedingt funktionieren wird. Solltet ihr das Ganze aber bereits probiert haben, schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, ob das was bei euch gebracht hat oder eben nicht. Und so langsam wird es hier zu einer Tradition, dass wir die News mit Astrobot beenden. Ihr wisst, Astrobot ist das Spiel, auf welches ich mich dieses Jahr absolut am meisten freue. Kommt in einem Monat bereits raus. Und es gab jetzt einen limitierten PS5-Controller eben für Astrobot. Der sieht absolut fantastisch aus, aber der war nach sehr kurzer Zeit direkt ausverkauft. Und hier ist genau das gleiche Problem wie bei dem PSVR 2 PC Adapter oder auch wie damals bei der Portal. Viele Scalper haben zugeschlagen und ihr könnt diesen Controller jetzt für absolut horrende Preise, beispielsweise auf Kleinanzeigen kaufen. Ich werde definitiv warten, bis der Controller wieder irgendwo verfügbar sein wird. Und wenn ich bis dahin kein gutes Angebot für einen anderen Controller habe, denn ich suche halt noch einen zweiten PS5-Controller, dann werde ich mir den wahrscheinlich sogar kaufen. Ihr schreibt mir jetzt aber in die Kommentare, ob ihr euch den Astrobot-Controller gekauft habt oder ob ihr vorhabt, euch den Controller zu kaufen. Und solltet ihr euch auch auf dieses Spiel freuen, dann schreibt einfach einmal Hype in die Kommentare, damit ich weiß, dass ich nicht alleine bin mit meinem Hype. Ich freue mich drauf, das wird das perfekte Portal-Spiel. Und damit sind wir auch durch, meine lieben Freunde. Und ihr wisst es, ich sage es jedes Mal aufs Neue, sage es selbstverständlich auch heute. Wenn ich irgendwas verpasst habe, wenn ihr sagt, ey, passt mal auf, hier ist doch eine News, die wäre ganz interessant gewesen, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann werde ich das sammeln, werde ich das anpinnen, sodass ihr das alle lesen könnt oder werde das in meine News für nächstes Mal mit übernehmen. Sollte in der Zwischenzeit aber was Wichtiges passieren, beispielsweise, dass wir ein neues Update für die Portal bekommen, dass wir plötzlich Cloud Gaming spielen können oder eine native YouTube-App bekommen sollten, dann wird es selbstverständlich auch bei mir ein extra Video für dieses eine Thema geben. Und vor allen Dingen vergesst nicht, auf Abo zu klicken und die Glocke zu aktivieren. Und ihr kennt dieses ganze Spiel, denn dann kriegt ihr natürlich Bescheid, wenn eben genau so ein Video rauskommt. Meine lieben Freunde, das war's. Ich bin raus. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.